Ja, lieber Herr Otto, erstmal von dieser Seite aus herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, die bisherigen Beiträge des Vormittags und wir haben ja heute Nachmittag noch ein außerordentlich spannendes Programm, haben uns bislang schon einen sehr, sehr guten Überblick über das Umfeld gegeben, in dem sich eben die Bundesbank im Zahlungsverkehr und auch in der Wertpapierabwicklung bewegt. Aus meiner Sicht lassen sich zwei zentrale Botschaften daraus ableiten. Zum einen, Digitalisierung erfordert schnelles Handeln, am besten sofort oder auf Neudeutsch instant. Und zweitens, unsere Herausforderungen der Zukunft und die Antworten darauf und damit meine ich vor allen Dingen bei uns im Zahlungsverkehr, kann am Ende nur lauten Europa, vielleicht auch durchaus in Form eines schrittweisen Herangehens, das nationale Verfahren und europäische Perspektiven gemeinsam im Blick hält. Die Zentralbanken des Eurosystems sind in einer solchen Phase naturgemäß besonders gefordert, für Rahmenbedingungen zu sorgen, die weiterhin Sicherheit, Herr Schönborn hat es ja gerade gesagt, und auch die Effizienz im Zahlungsverkehr und in der Wertpapierabwicklung garantieren. Und auch wenn der Zahlungsverkehr schon seit Jahrzehnten vielfach ohne Belege funktioniert, bleibt er natürlich auch nicht von den allgemeinen Diskussionen verschont. Analog ist out, digital ist in und das Tempo, das haben wir heute Morgen bei fast allen Beiträgen hören können, ist atemberaubend. Ich staune im Grunde genommen von Tag zu Tag, wie rasant sich neue Services in häufig bemerkenswerter Qualität entwickelt haben. Streamingdienste, digitaler Musikgenuss und Voice-Anwendungen fallen mir hier sofort ein. Vermittlich werden uns auch Smartphones bald alle Wünsche von den Augen ablesen, sie umgehend erfüllen. Und wenn auch nötig, dann friktionslos bezahlen. Amazon mit seiner Ein-Klick-Zahlung, glaube ich, kommt dieser Sache schon recht nah. Und insofern gehe ich davon aus, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis dann unsere selbstfahrenden Autos den Weg zur Stromtankstelle alleine finden, tanken und dann auch die Bezahlung anstoßen. Wir werden vermutlich dann nur noch durch eine kurze Benachrichtigung erfahren, zum Beispiel als Text oder Stimmnachricht auf die Smartwatch. Was heißt das mit anderen Worten? Wir sind natürlich alle heute schon auf dem Weg ins Internet der Dinge, wo jedes mit jedem vernetzt ist und wo Sensoren über Änderungen permanent und sofort alle Stellen, die sie benötigen, informieren. Gerade für uns hier in Deutschland, für den Wirtschaftsstandort mit seiner stark mittelständisch geprägten Industriekultur, sind diese Entwicklungen sicherlich von einer zentralen Bedeutung. Denken wir also beim Bezahlen nicht nur an die Verbraucher, sondern auch an die Unternehmen in unserem Land. Und jeder möge sich deshalb frühzeitig positionieren, wenn neue Bezahlsituationen entstehen. Die Kreditwirtschaft in Deutschland hat das aus meiner Sicht grundsätzlich verstanden. Ich glaube, der Vortrag von Andreas Krautscheid heute Morgen war auch ein wirklich sehr gutes Beispiel dafür. Es werden Pläne geschmiedet, um die teilweise unübersichtliche Palette von Zahlverfahren zu verschlanken und für die Nutzer besser verständlich zu machen. Ich denke hier insbesondere an das mobile Bezahlen mit dem Smartphone an der Kasse oder von Person zu Person P2P. Und hinzu kommt die mit der PSD2-Richtlinie neu geregelte Aufstellung der Banken mit den offenen Schnittstellen. Diese erlauben vielen Anbietern von digitalen Diensten den direkten Zugriff auf das Konto, entweder über die Hausbank oder aber eben zukünftig auch über den Drittanbieter. Damit wird eine Grundlage für ganz neue Geschäftsmodelle geschaffen. Für den Erfolg des Bezahlens mit dem Smartphone sollten dabei alle Kriterien erfüllt sein, die dem Verbraucher wichtig sind. Einfache Nutzung, breite Akzeptanz auf der Händlerseite und natürlich der Schutz der persönlichen Daten. Und wenn ich das sage, so denke ich, dass gerade beim Thema Datenschutz sich aus meiner Sicht wirklich besondere Chancen für die Kreditinstitute bieten, sich gegenüber den Big Techs abzugrenzen. Denn die deutschen Konsumenten vertrauen mehrheitlich weiterhin ihrer Bank oder ihrer Sparkasse. Das mag sich möglicherweise künftig ändern, wenn eine Generation nachwächst, die Banking nicht mehr mit einer physischen Bank, sondern nur noch mit einer virtuellen App auf dem Smartphone verbindet. Aber umso wichtiger ist es, dass Fragen wie Datenschutz und Datensouveränität in die allgemeine Ausbildung integriert werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die zugenehmende Digitalisierung erfordert von den Anbietern von Zahlungsdiensten beherztes und schnelles Handeln. Oft höre ich, dass es für vieles keinen Business Case gibt. Doch ich entgegne dann häufig mit dem Beispiel, dass die Einführung des Geldautomaten vor mittlerweile ja 50 Jahren auch eine kostspielige Angelegenheit gewesen ist. Heute, das wissen wir, ist es selbstverständlich, Bargeld aus einem Geldautomaten zu erhalten. Mit den gesparten Ressourcen konnte die Kreditwirtschaft in neue Leistungen und Prozesse investieren. Und klar ist deswegen, Investitionen in digitale Anwendungen amortisieren sich im Regelfall erst mit dem Zeitablauf. Und trotzdem müssen alle Institute heute, wenn ich heute sage, meine ich mehr oder weniger sofort, die Weichen dafür stellen, um auch morgen noch im Geschäft zu sein. Meine Vorredner, insbesondere gerade eben Herr Schönbohn, haben uns ja in Erinnerung gerufen, dass bei all diesen Überlegungen die Sicherheit nicht vernachlässigt werden darf. Aber dabei können wir, wie Herr Hartmann ja so schön gesagt hat, gerade die neuen digitalen Technologien helfen, um Betrugsversuche bei Echtzeitüberweisungen mit Hilfe von, auch wenn Sie das Wort nicht mögen, künstlicher Intelligenz zu bekämpfen. Lassen Sie mich zu meinem zweiten Punkt kommen, dem Stichwort Europa. Als überzeugter Europäer und auch langjähriger Europaabgeordneter habe ich mich natürlich besonders gefreut, dass die Wahlen am vergangenen Wochenende zum Europäischen Parlament viel stärker als vergangene Europawahlen in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden. Und das ist auch wichtig für die Beziehung zwischen dem einzelnen Mitgliedstaat und Europa insgesamt. Das ist hier in unserem Fall auch wichtig für die Beziehung zwischen Deutschland und Europa, einer Beziehung, die sicherlich als vielschichtig zu bezeichnen ist. Natürlich braucht Deutschland ein vereintes Europa, ein starkes Europa, ein Europa, in dem wir gemeinsam das anpacken, was kein Land auf unserem Kontinent alleine schaffen kann. Und mit Europa schaffen wir auch mehr, auch und gerade, davon bin ich zutiefst überzeugt, im Zahlungsverkehr. Ohne Europa werden wir sehr viel weniger in Zukunft hinbekommen. Nicht hinterherlaufen, sondern vorneweg gehen mit Technologien und Dienstleistungen, die das Prädikat Spitzenklasse verdienen. Nicht zurück zu nationalen Scheinlösungen, sondern vorwärts zu europäischen Antworten. Nicht, was leider viel zu häufig in den letzten Monaten passiert ist, nicht auf Europa schimpfen, sondern dieses Europa gestalten, auch in unserem Metier, auch im Zahlungsverkehr. Wir alle wissen, dass Deutschland außerordentlich stark vom europäischen Binnenmarkt profitiert. Und zugleich bringt es natürlich Deutschland auch als nationaler Markt in fast allen Branchen auch genug Nachfragevolumen auf, um betriebswirtschaftlich eine kritische Masse für funktionierende Produktangebote zu stellen. Nationale Zahlungsdienste können also den Anbietern in Deutschland weiterhin kurzfristig Spaß machen. Anbieter in kleineren Ländern sind da sicherlich in einer anderen Position und damit auch eher geneigt, von vornherein europäisch zu denken. Hierzulande pflegt man in vielen Kreditinstituten weiter den gewohnt rein nationalen Ansatz. Dieser erscheint mir aber in einem digitalen Zeitalter aus mindestens drei Gründen nicht mehr angemessen zu sein. Erstens, die Digitalisierung führt zu mehr grenzüberschreitenden Wirtschaftsbeziehungen. Vor 20 Jahren waren grenzüberschreitende Zahlungen eher selten. Heute ist es dagegen selbstverständlich, online in europäischen Nachbarländern einzukaufen und auch zu zahlen. Flexible Arbeitsmärkte und Austauschprogramme für Studierende stärken ebenfalls den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr in Europa. Zweitens, neue Mitwettbewerber, hauptsächlich die Big Techs, setzen ihre Angebote global auf und profitieren dabei von den Netzwerk- und Skaleneffekten. Um hier mithalten zu können, ist es für deutsche Anbieter unerlässlich, die europäische Dimension bei jeder Neukonzeption mit zu berücksichtigen. Und mein dritter Punkt, den Weg zum europäischen Binnenmarkt im Zahlungsverkehr, haben wir bereits vor knapp zehn Jahren geebnet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Zahlungsverkehr können wir dazu auf gemeinsame Standards und auch einen gemeinsamen Rechtsrahmen zurückgreifen. Inzwischen ist die Single Euro Payment Area für die Lastschrift die normale Überweisung und seit November 2017 auch für die Echtzeitüberweisung Realität. Mit Instant Payments steht zudem eine zeitgemäße digital kompatible Infrastruktur zur Verfügung, auf die sich auch gerade jetzt weiter aufbauen lässt. Damit diese Echtzeitüberweisungen aber genutzt werden, braucht es natürlich auch bequeme, sichere und kostengünstige Zugangswege, die am Ende immer einen Mehrwert bieten müssen. Hier haben sicherlich die Sparkassen und Genossenschaftsbanken mit ihrem P2P-System QUIT, was Deutschland betrifft, bereits einen guten Anfang gemacht. Aber auch die Anwendungen für den E-Commerce-Apps für den M-Commerce oder die Plastikkarten zur Indizierung von Instant Payments an der Ladenkasse sind denkbar. Entscheidend dabei ist, dass diese Lösungen zumindest im Grundsatzsepa-weit akzeptiert und auch eingesetzt werden können. Die Bundesbank unterstützt Überlegungen, etablierte Zahlungsmittel wie die Girocard für den europäischen Zahlungsverkehr aufzuwerten. Dabei können zum Beispiel in einem ersten Schritt grenzüberschreitende Kartenzahlungen schon bald über die neuen Instant Payment Kanäle erfolgen. Aus meiner Sicht kann das aber nur ein Anfang sein. Es müssen weitere Schritte hier hin zu europäischen Lösungen erfolgen, die effizient und vor allen Dingen, wir haben das ja auch mehrfach heute schon besprochen, was die Wettbewerbsbedingungen betrifft, global konkurrenzfähig sind. Und wenn ich das sage, dann meine ich auch, damit gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer gelten können, bedarf es auch zukünftig offener, interoperabler Schnittstellen und gemeinsamer Standards. Was mit der PSD2 inzwischen selbstverständlich für die europäische Kreditwirtschaft geworden ist, gehört nicht zum Standard bei allen Big Techs. Wir wissen das. So funktioniert die Girocard im Smartphone aktuell nur mit dem Android Betriebssystem. Dieses Betriebssystem ist zwar weit verbreitet, aber viele unter uns haben stattdessen ein iPhone, das hatten wir ja eben gerade schon geklärt, und können dann auch diese Funktion nicht nutzen. Ähnliche Klagen hört man, wenn es um die Nutzung des Personalausweises im Internet geht. Die App zur Anwendung findet sich eben nicht im App Store für die Apple Geräte. In dieser Umgebung, die sich ja gerade radikal digital verändert, kommen natürlich auch auf die Zentralbanken des Eurosystems neue Aufgaben zu. Wir sehen die Notwendigkeit nach Kräften visionär für einen europäischen Markt, für Zahlungsdienste und in diesem Zusammenhang auch für die Vertiefung der Europäischen Kapitalmarktunion einzutreten, um dem Kontinent auch langfristig die Souveränität über die Zahlungsverkehrs- und Wertpapierabwicklung zu erhalten. Dies umfasst zum Beispiel unsere Rolle als Berater des Gesetzgebers und auch, wie wir es gerne formulieren, als Katalysator für die Branche. Zum anderen gilt es auch an der Bereitstellung einer passenden europaweiten Infrastruktur mitzuwirken. So könnte TIPS europaweit die Erreichbarkeit für alle Institute für Instant Payment sichern. Außerdem ermöglicht TIPS die sofortige Verbuchung in Zentralbankgeld und schließlich werden TIPS-Guthaben Liquiditätssparend mit Target-2-Konten verrechnet, um den Anforderungen an die Mindestreservehaltung gerecht zu werden. Und mit der Konsolidierung von Target-2 und Target-2-Securities geht das Eurosystem, die Verschmelzung des Individualzahlungsverkehrs mit der Wertpapierabwicklung in Zentralbankgeld an. Im Rahmen dieses Konsolidierungsprojekts mit geplanter Inbetriebnahme als Big Bang im November 2021 werden Target-2 und Target-2-Securities weiterentwickelt. Ziel ist hier eine Verbesserung des Leistungsangebots und die Hebung von Synergien durch stärkere Nutzung gemeinsamer Komponenten und weitere Automatisierung von Prozessen auf Basis der ISO 20022 Standards in der Kommunikation. Sollte man gerade hier an dieser Stelle ein Seufzen hier und da gehört haben, so liegt das sicherlich daran, dass alle Zahlungsdienstleister betroffen sind, die ein Konto auf der Target-2-Plattform bei der Bundesbank unterhalten. Die notwendigen Anpassungen sind aber zugleich eine sinnvolle Investition in die Zukunft und werden auch in globaler Hinsicht zukünftig einiges vereinfachen. Das bedeutet aber auch, wer bis zur geplanten Betriebsaufnahme Ende 2021 seine Vorbereitungen nicht erfolgreich abgeschlossen hat, verliert den Zugang zum Zentralbankgeld. Dass die Migration erfolgreich gelingt, ist natürlich im Interesse aller. Vor diesem Hintergrund haben wir auch im Eurosystem einen harmonisierten Überwachungsprozess aufgesetzt, der einen verlässlichen Überblick schafft und vor allen Dingen eben auf der Zeitachse noch etwaigen Handlungsbedarf aufzeigt. Einige Worte zum Sicherheitenmanagement noch. In diesem Bereich schreitet das Zusammenwachsen der Märkte in Europa ebenfalls voran. Das Eurosystem hat in enger Kooperation mit den Marktteilnehmern Harmonisierungsstandards für das Sicherheitenmanagement auf den Weg gebracht, die einheitlichen Prozesse und damit auch einheitliche Kommunikationsstandards schaffen. Dies wird sicherlich ein Beitrag zur Vertiefung der Integration sein und am Ende in einen echten panneuropäischen Finanzmarkt münden. Bei der Verwaltung von Notenbanksicherheiten zum Beispiel hat das Eurosystem nun eine einheitliche Plattform im Visier. Das Eurosystem Collateral Management System, ECMS abgekürzt, wird einheitliche Abwicklungsprozesse ermöglichen und allen Geschäftspartnern des Eurosystems neueste Kommunikationsstandards anbieten. Und zudem wird erstmals die grenzüberschreitende Mobilisierung von Sicherheiten ebenso einfach sein wie im nationalen Kontext. Die Inbetriebnahme dieses Systems ist nun für November 2022 geplant. Was bedeutet das? Alle diese Projekte sind zwar aufwendig, aber für das Eurosystem insgesamt unabdingbar, um langfristig eine leistungsfähige Infrastruktur im Zahlungsverkehr und in der Wertpapierabwicklung sicherzustellen. Dies ist unser Beitrag, um europaweit moderne Abwicklungssysteme bereitzustellen. Gleichzeitig werden sicherlich auch die neuen Regularien, ich denke hier zum Beispiel an die CSDR, ihre Wirkung entfalten und die Effizienz in der europäischen Abwicklungslandschaft verbessern. Trotzdem, und damit will ich zum Schluss kommen, sollten wir in den nächsten Jahren nicht nachlassen, hier auch weiterhin eng am Ball zu bleiben. Da weitere Veränderungen natürlich bevorstehen. Obwohl die Blockchain-Technologie noch immer in den Kinderschuhen steckt und viel experimentiert wird, könnte zum Beispiel die Tokenisierung von Wertpapieren hier für weiteren frischen Wind sorgen. Und damit gewinnt dann auch das Thema Cash-on-Ledger an Bedeutung, auch sicherlich für uns als Zentralbank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Food for Salt haben wir heute Vormittag, glaube ich, reichlich serviert. Ich finde, dass wir uns nun eine echte Mahlzeit verdient haben. Hier gilt also noch, analog ist in. Dazu können Sie die praktischen Anwendungen im Zahlungsverkehr erst einmal außer Acht gelassen. Sie sind herzlich zu einem Mittagessen eingeladen. Herzlichen Dank. Vielen Dank.